Birdie, man steht da für Golf, Style und Genuss. Ja. Für welche Kategorie stehst du heute Abend hier? Aber ich stehe heute für tolle Menschen und für Golf, muss ich sagen. Es hat heute unheimlich viel Spaß gemacht, tolle Veranstaltung und ich freue mich auch schon auf die nächste Veranstaltung. Wunderbar, dann weiterhin viel Spaß und lass dir den Nachtisch schmecken. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Alle lieben Birdie. Wir haben eigentlich nur eine Frage und zwar...